So, liebe Leute, ich bin jetzt hier angelangt im Epizentrum der deutschen Werkzeugmacherkunst. Zumindest sagt der Kollege von HZ das hier, der Carsten Scholz. Carsten, was ist dein Job bei HZ? Ich bin Marketingleiter mittlerweile im 21. Jahr bei HZ und dieses Jahr ist ja für uns ein ganz besonderes Jahr, weil wir dieses Jahr unser 150-jähriges Jubiläum feiern. 1868 gegründet, immer noch inhabergeführtes Unternehmen, fünfte Generation. Mir ist nur aufgefallen, deshalb bin ich eigentlich auch hier, dass ihr hier so ein bisschen auf Vintage, auf Retro und eure Historie so ein bisschen hier in den Vordergrund stellt. Ja, der Anlass ist eben genau dieses Jubiläum, diese HZ, Wall of Fame, die wir geschaffen haben, besteht aus den Produkten. Die sind auch gerade, wenn es um die historischen Werkzeuge geht, immer ganz stolz drauf. Wenn einer noch mal den alten VW-Werkzeugsatz Tourist hat, der in den 50er und 60er Jahren in Käfern drin war, wir selbst haben nur drei Stück im Unternehmen und nur einen vollständig. Also ich finde, ihr habt ein gutes Branding, weil ihr die Farbe immer schön in den Vordergrund stellt. Und wenn du auch, so wie ich, öfter mal in den Werkstätten unterwegs bist, du siehst da einen blauen Werkzeugschrank, einen blauen Knarrenkasten, da weißt du sofort, was Phase ist. Aber jetzt sehe ich die Kollegen hier, die sind noch nicht blau. War das damals noch nicht blau eure Farbe oder war das einfach Ausnahme? Wahrscheinlich eher Ausnahme, aber die sind mittlerweile so alt. Ich habe auch noch einen ganz alten Kasten in der Firma, die ist von 228, der war dann auch noch ganz in Holz gehalten. Hier hast du? Das kann ich jetzt aktuell gar nicht genau sagen. Das Blau gibt es schon sehr, sehr lange. Da würde ich sagen, bestimmt über 100 Jahre in dem Dreh. Auch ich habe die Logoentwicklung mir nochmal angeschaut, das war sogar auch mal rot ganz früher, das geht gar nicht. Das wollen wir nicht, sondern wir sagen uns schon, wir sind die Blauen. Hier ist ein schöner Platzierungsvorschlag für den Einzelhandel. Genau, das ist, wir haben diese Wände erst seit drei Wochen erworben von einem Händler, ich glaube, der jetzt entsprechend altersbedingt den Laden aufgegeben hat. Ach, warte mal. Und haben den gekauft. Jetzt sehe ich das erst, bis auf das Schild ist das fast original, das, was auf dem Bild ist. Das ist original. Hier, guck mal. Wir konnten ein paar Meter kaufen. Wir haben das Schild, das ist das Einzige, was wir nachgemacht haben. Und so sahen die viele, viele Jahre, Jahrzehnte im Handel aus, entsprechend komplett tiefen Bestück, machen heute auch gar nicht mehr so viele, sondern die stellen einen dahin und verkaufen aus dem Lager raus auf diese Dinge. Und so waren die früher in den Laden entsprechend bestückt. Und zu der Zeit hattet ihr schon Knarren? Seit wann gibt es eigentlich Knarren? Ich würde jetzt mal sagen, irgendwann um die 20er Jahre, weil der Kasten, den wir haben, ist von 1928, also irgendwann 20er, 30er Jahre müsste es gewesen sein. Dann kenne ich von euch noch Drehmomentschlüssel. Die Drehmomentschlüssel sind entwickelt worden ganz am Anfang. Da können wir gleich mal einen Blick auf die Wand werfen in den 70er Jahren. Lass mal da hingehen. Gehen wir mal vor. Gehen wir mal hin. Entwickeln wir nach der ersten Translisions-Drehmomentschlüssel. Wir haben hier so ein bisschen die Meilensteine hier zusammengetragen, die auch wirklich von den Produkten von uns in Novum eigentlich auch für den ganzen Werkzeugmarkt waren. Das war einmal sicherlich dem angesprochen der Kasten, der VW Tourist. Hier, da sieht man den, ja genau. Den man entsprechend dort sehen kann. Der Käfer hatte ja das Reserverad hier vorne. Richtig. Und da kam das Reserverad raus und exakt passend der Werkzeugkasten rein. War der Serie bei VW oder war das eine Option? Ich meine, der wäre Serie gewesen. Das ist ganz spannend, weil das aktuell bei vielen Firmen, bei uns ist es ein Thema wieder. Festprodukte, Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel, damals, wie sagt man es in der Zeit, total voraus. Ist die Leute da noch nicht so interessiert, ist nicht so eingeschlagen. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was in den 50er Jahren im Bereich Werkzeug, Knarrenkasten los war. Thema heute sieht ganz anders aus. Und da habe ich hier einen Kollegen. Hallo, André Brockschmidt. Bis. Erzähl uns mal, das hier sind deine neuen Schätzchen. Richtig. Das ist unsere neue Feinzahnknarre, die 916 HP. Das Besondere an der Knarre ist, wir haben eine Feinverzahnung mit 9010 und dabei ein maximales Drehmoment von 1000 Minuten Meter. Und das alles in Kombination mit einem unveränderten Bauraum gegenüber unserem Vorgänger-Modell der 916 HP. Das hört sich jetzt schon alle sehr streng theoretisch an, aber ihr habt das praktisch da, glaube ich, mal dargestellt. Ja, genau. Erstmal, ich sehe hier die Knarre. Ja. Da sehe ich ein Gewicht. Ja. Im ersten Moment ein Gewicht. Aber das ist eine Schmiedeform, ne? Damit schmiedet ihr. Also wir haben in Remscheid, wir unterhalten unsere eigene Schmiede und das hier ist ein Gesenkblock, in dem die 916 SP auch geschmiedet werden würde. Der wiegt 300 Kilogramm und wenn man sich dann über den Hebelarm von ungefähr 200 Millimeter zugrunde liegt, dann kommt man auf einen Drehmoment von 600 Newtonmeter, was jetzt hier an der Knarre hängt. Und zwar als Dauerlast jetzt schon seit anderthalb Tagen. 600 Newtonmeter, mal Butter bei die Fische. Wenn das jetzt eure alte Knarre wäre oder ich sage mal so ein normales Baumarkt-Tool, dann würde was passieren? Wird das knack machen und das Ding wird runterbrechen oder? Also eine minderwertige Baumarkt-Knarre würde bei dem Drehmoment mit Sicherheit schon kaputt gehen. Gutes Handwerkzeug kommt in dem Bereich halt an seine Grenzen. Also das ist jetzt im Prinzip der Stahl, der da unter den Hammer kommt. Und das ist alles im Prinzip, wie groß darf ich mir das vorstellen, wenn das als Rohling da runterkommt, wie sieht das aus? Wir fangen mit einem Spaltstück an. Also im Grunde wird von einer Stahlplatte, werden Teile abgetrennt. Und das ist das, was dann unter den Hammer kommt? Und das ist das, was dann unter den Hammer kommt. So, und dann sieht es so aus. Wie viele Tonnen wirken da drauf ein? Wir können auf mehreren Hammer fertigen. Also wir könnten auf 2,5 oder 3,5 Tonnen wirken. Wie viele Schläge kommen da drauf? Das sind, in Moment, zwei, drei, fünf Schläge. Und dann sieht das so aus. Richtig. Und wie kriegst du jetzt das hier ab? Wir haben eine Abgrabpresse, das heißt, das Teil wird hier eingelegt in eine entsprechende Form. Dann kommt von oben der Stempel und dann wird das hier umlaufend ausgeschnitten. Insgesamt sind 16 Arbeitsschritte notwendig. Vom Rohling, also das ist der Rohling, das ist der Ausgang. Und das ist das fertige Teil, verkromt. Insgesamt sind das 16 Arbeitsschritte. Wir haben jetzt halt nur ein Teil davon ausgestellt. Okay. Das heißt, hier ist es im Prinzip schon fertig, aber noch nicht verkromt. Richtig. Der ist fertig mechanisch bearbeitet. Und so sieht er nach der Bahnbehandlung aus. Er ist also jetzt schon vergütet. Jetzt bist du der Produktmanager, Entwickler für das Thema Knarren? Die Knarrenentwicklung ist eine Teamarbeit. Wir haben in der Konstruktion mit zwei Leuten an der Knarrenentwicklung gearbeitet. Und ich bin einer davon. Ich finde es echt abgefahren, wenn ich mir jetzt überlege, du arbeitest mit so einer Knarre. Du hast auch Spaß dabei. Das ist ja auch schönes Werkzeug. Das merkt man. Das fühlt sich einfach gut an. Das hört sich gut an. Die Haptik hier, das Umschalten, das ist einfach schön. Ja. Aber jetzt sagst du mir, ihr seid zwei Leute, die Vollzeit an diesem Thema quasi arbeiten. Das ist richtig, ja. Was kann man an so einem Tool wie an der Knarre, wo man doch jetzt als Normalo denkt, das ist ausdekliniert in allen Facetten. Wo ist da noch, wo du sagst, da ist noch Luft nach oben? Also bald der... Guck mal, der Kollege, du bist auch bei ihm im Team? Ja, wir sind ein Team. Aber ich sehe, das leuchte in deinen Augen. Du willst eigentlich schon dazwischen quatschen, ne? Wir haben ja auch Verzahnungsauslegungen gemacht. Wir haben hier Materialien mit der Uni zusammengestellt, Wärmebehandlungsprozesse entwickelt, um die Knarre im Grunde auf die Performance zu bringen, die sie heute hat. Also wir haben da schon auch viele Punkte gehabt. Der Mechanismus an sich über die Abstützung, Verzahnung zum Gehäuse und so weiter waren schon einige knifflige Sachen, die wir noch umgesetzt haben hier. Also habt ihr jetzt auch für euch die Messlatte wirklich ein ganzes Stück höher gelegt? Ja, die Messlatte war so hoch, dass wir am Anfang ja gedacht haben, ob wir die überhaupt erreichen können. Aber wir haben uns dann durchgebissen und haben dann auch wirklich gesehen, wir kommen da hin und haben die Flinte in den Innenform geworfen. Und wir sind jetzt alle super happy, dass wir das hingekriegt haben. Ja, das sieht man euch an. Also die Leidenschaft spricht aus euch heraus, ne? Gibt sie schon im Handel? Ja, ich bin jetzt seit diesem Monat im Verkauf und für 49 Euro, denke ich mal, eine Knarre zu kaufen, die man vielleicht so einmal kauft, weil die ein Leben lang hält. Ja, cool. Vielen Dank. Ja, gerne. War sehr interessant. Erzählt mal, was habt ihr eigentlich so für Knarrensätze, Knarrenkästen? Habt ihr vielleicht noch eine ganz alte Knarre? Schreibt es mal in die Kommentare. Jo, in dem Sinne. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, ich feast då. Ja, gerne.